Wir gehen jetzt auf satter Hugo, fass meine Füße nicht an. Satter Hugo, was ist denn Rack? Ich weiß es auch nicht. Zeit zu lernen. Hier ist satter Hugo. Moin. Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Tschüss. Das sieht einfach aus wie Knossi sein Gesicht, wenn er aggressiv wird. Ich hatte so einen geisteskranken Sonnenbrand, Chad. Seht euch das an. Es ist gar nicht mehr rot, es ist schon fast lila, Digga. Was für 1 zu 1. Wo 1 zu 1. Da sieht man wieder, das Tier steht über dem Menschen. Richtig. I'm under the water. Oh mein Gott, Digga. Ey. Ey. Hier we go, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, komm Junge. Ich steck mit meinen Fingern auf den Schreiter bei Eletrix. Ich habe hier den Schreiter. Guckt euch das an, was ich bekommen habe. Oh mein Gott. Get on my level Clipper. Ich habe den legendären 540 Gramm Zip-Uli. Oh mein Gott. Oh mein Gott nochmal flhst. Lola und Sans verbot gemeinsam auf Malle. sind die zusammen oder man weiß es halt auch nicht mich mal interessiert schild doch mal ein bisschen ich filme nach vorne und alle sind ja nicht beim mund im chat noch mal für alle, wir lassen uns hier gerade seit 50 minuten malen wie heißt ein ritter ohne helf Helmut will ich das? na wirklich 1, 2, 3 1, 2, 3 Thank you very much ja gut so schlecht ist es jetzt nicht aber dass die hier kennen würde ich jetzt auch nicht das ist der grund warum ich so schlechte laune habe die leute wollen dich glücklich sehen deswegen machen wir jetzt was schönes du machst mich glücklich was denn ich habe die sucht gerade eingelächelt cool wer von den beinen hat mehr brust also ich wissen es nicht es ist ein winner jetzt ja schon das muss man ganz klar sagen wie geht der wie geht der wie geht der wie geht der ich ich distanziere mich von jeglichen exzessiven alcohol sind die ein paar einige schreiben im chat gerade die sind gemeinsam im urlaub Ja verkackt hat er bei mir verschissen. Hey 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 du. Da kann ich mich schon von der letzten Linie Hallo, ich bin's Die Neuzeit-Streamerin Ich mache heute einen Sub-Marathon Ein Sub, eine Sekunde länger Und wer 10 Sus giftet Da schreibe ich mir auch die Namen auf dem Oberschenkel Aber ich bin nicht so eine Jetzt den Namen noch auf den Oberschenkel Sogar mit Edding Hilfe, Hilfe, Hilfe Nein, ich hab mich verfehlt Und jetzt wie sich Farid Bang erschrecken Bruder, spielt der warum mit? Ist der warum da, Bruder? Guck mal, Bruder Als würde der gerade auf den Bus warten Mann, verp***st du, Herrchen Hey, hallo Oh Äh, ich zeige es quasi da Chat, äh, ich mach mal eben hier alles aus Äh, ja, war das ein bisschen laut, oder was? Ich glaube nicht Wie ich immer noch am Schweihaden bin Was ist das denn? Äh, ja, war das ein bisschen laut, oder was? Ihr könnt mir heute Fragen stellen Das Ganze könnt ihr mal Hallo Hallo Hallo, ja, äh, ich bin's, der Gregor AK Winterlandschaft Ich stelle jetzt mal eine Frage Und zwar Muss ich sie mit sitzen Oder kann ich auch du sagen? Du kannst mich gerne du denn, ja Glaubst du an das Thema Parallelwelten? Oha, krass Das ging richtig schnell Das war ja nicht das erste Mal Oh, ja, okay Ja gut, anderer Content Also erstmal danke, dass ich eine Frage stellen darf Wolltest du dich bewerben für eine Stelle Oder warum meinst du Gemüsekaufen? Vielleicht Jo, Monti Das ist meine Frage Hallo Monti Hallo Welche Schulden meinst du? Soll ich jetzt halt Twitch aufziehen, oder nur meine? Welche Schulden meinst du denn? Die Runde durch So, nächste Frage Jo, was geht Marcel? Super, die Was? So, nächster So, nächster Wie sieht das momentan bei dir aus? Hast du dich noch ein Thema? I'm under the water Ich hab die Frage nicht verstanden, tu mir leid Du sprichst über das Handy, das Ding ist für die gute Qualität Deswegen kannst du noch mal Ja, ich hab keinen Computer Ey, chill doch mal Ja, ich brauch die Frage noch mal bitte Warte, ich hab ein bisschen süßere Soße an den Finger Mein Sohn wollte was fressen Der war der Beste Noch eine Frage Äh, vom letzten Stream Kennst du noch den Candace? Was? Die Hände sind fett in ihm rauf Server-Bug Ich lach vielleicht morgen darüber Auch Eric, danke, dass du ihn hochgelassen Da hast du gut aussortiert Äh, I'm Eric So, ähm, ähm Ähhh Hm Lass uns einfach jetzt nicht drüber reden Lasst uns einfach nicht darüber über dieses Drecksspiele reden, Bruder Lasst uns einfach nicht über diese Scheiße etwa reden Nein, ich fasse meine Füße nicht an. Ich glaube, du spinnst. Alter, ehrlich, Pascal, was bist du für einen? Bro, das ist ein richtig weirr. Bro, das ist gar nicht nice. Alter, was für ein geiles Game. Ist das Gelee oder so? Was ist das? Wer ist denn das schon wieder? Welcher ehrenlose, schnitzlose W***er nimmt hier nicht die neue Map? Wenn jetzt diese Map kommt, Wallah, vielleicht quitt er raus und spiel das Spiel nicht mehr. Ja, ich kenne nicht mehr. Komm, 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 kommst du nicht. Wiederschau. Und reingehaut. Und reingehaut. Und reingehaut. Und reingehaut. Ja, wunderbar. Ganz ehrlich, war nicht so ein gutes Video. Und reingehaut. Und reingehaut. Und reingehaut. Und reingehaut. Und reingehaut. Und reingehaut. Untertitelung des ZDF, 2020